So Leute herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Heute geht es los gegen Hannover 96 und der FC Barcelona auf Thiago Silva bald zu verpflichten. Ja, was gibt's? Wir fangen gleich an, würde ich mal sagen, mit dem Spiel. So, wer die letzte Folge gesehen hat, der wird gemerkt haben, dass die in zwei Teilen kamen. Warum? Weil wir zur Zeit manchmal nicht über 15 Minuten hochladen können. Manchmal sagt YouTube, okay. Könnt ihr hochladen, manchmal sagt YouTube, ne. Können wir nicht hochladen. Also irgendwie ist das strange. Und hier passt aber wohl Müller im Sturm ist Pizza... äh, Suarez haben wir ja. Suarez, den müsste ich auch mal renntun. Hopp. Gegen Pizarro müsste ich mal im... kompletten Teammanagement, ne. Wenn er versteht, hab ich mich... machen. Und ich weiß nicht, was YouTube da hat, aber manchmal sagen sie, okay, manchmal nicht okay. Ich weiß es nicht. Darum werden da manchmal jetzt, ähm... ja, die Folgen in zwei Teilen kommen. Manchmal auch in einem. So, hier. Ja, Suarez. Also das, das finde ich eine blödsinnige Skillspiele. Weil der nicht da hinschießt, wo ich hin will. So, wir fangen mal an. In der Allianz Arena. So, wir haben sechs Punkte auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Ist schon ein bisschen her, wo ich gespielt, seitdem ich es jetzt nur gespielt habe. Obwohl das heißt, ein bisschen... Oh, der hat jetzt abgelassen von mir. Warum, der ist dann rechts vorbei. Pass in die Mitte auf Schweinsteiger, Schweinsteiger, der zieht mal zurück und zieht ab. Äh, kommen wir nicht durch. Also, wir haben es jetzt Samstag, 9 Uhr 48, wenn wir auf der Uhr. Äh, das Video muss heute noch raus. Nicht hier spannend. Nicht hier nicht, das schafft, sollte ich aber schaffen, aber, äh, gestern war Länderspiel. Deutschland gegen Irland. Und da haben sie sich dann qualifizieren in den Fuhren in Brasilien. Robben auf. Links. Was macht Robben da drüben? Ja, ähm... Ja, war zu erwarten, dass sich die Iren hinten reinstellen würden. Also, ich meine, die haben ja manchmal... Äh, die haben ja manchmal, ja. Ich meine, die zweiter... Nein, äh, es ging ja manchmal nicht, gar nicht mehr defensiver. Die hätten sich ja, ich muss mal 5 Meter ranstellen können dann. Also, da ist dann 3-0 schon, ja. Ja, umgemäßen, hm. Wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen... Nein, Gott, das war. Ne, Leute. Bitte, glücklich, geht es nicht. Schaut euch das mal an. Da steht 3 Leute um ihn rum. Und keiner geht hin. Ja, Gott, das... Und jetzt hängt was wieder an. Okay. Äh, jetzt bin ich komplett rausgekommen. Dieses blöde Zorn. Na. Irland, Deutschland. Was? Ich hatte den Ball doch. Ja. Ja, gibt der Mauer noch schön, gell? So, jetzt darf ich wieder... Wenn man den Ball mal da schon rennt. Na, je, der war zu blöd. Ne, vor allem, dass Löw dann Kießling nicht mitnimmt, finde ich irgendwie... Also, ich weiß nicht, was er gegen den hat, ob das was persönliches ist oder... ob er den einfach nur scheiße findet. Ja, ich weiß nicht, wie er Fußball spielt, aber... Na, da... Kann ich nicht verstehen, ganz ehrlich. Kann ich nicht verstehen. Vor allem, wenn er eh schon kein Sturm aus. Dann probierte Özil... Oh, wollte ich nicht gar nicht. Dann probierte Özil als... Sturmspitze aus. Na, also, ich mein, da ist Özil doch eigentlich komplett verschwendet. Özil ist der mit den genialen Ideen, der dann, äh, dem Sturmer da vorne den entscheidenden Pass bringt. Aber doch nicht die Sturmspitze selbst. Er kann sich die Dinger ja nicht schlecht selbst auflegen. Ja, Robben über rechts jetzt durch. Planke in die Mitte, da steht... Götze, Götze, Götze! Ein Kopfball. Da sind jetzt kaputt. Oh, je, 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 und Huskies. Da sind hinter Lücke drin, aber... ...Porting klärt. Eurevri. Wobei die Iren aber... ...wobei die Iren aber... ...auch ein, zwei gute Chancen hatten, da ein Tor zu machen. Also, wenn Neuer da entweder mit seinen Reflexen nicht da ist, oder der den Ball zum Beispiel trifft, kurz vor der Halbzeit. Also, wie ihr es gesehen habt, der hat da voll über den Ball drüber gehauen, der Eure. Und wenn der den trifft, dann geht der entweder 10 Meter übers Tor oder unter die Latte. Und wenn er unter die Latte geht, dann steht es 1-1 zur Halbzeit. Und, ja, man hat da gesehen, am Anfang der zweiten Halbzeit, wie es da gelaufen ist. Da waren die, da waren die Deutschen auch nicht so... ...bei der Sache. Was da die Abgeordneten belangt. Äh, aber... Äh, kommt nicht hin. Jetzt gleich wieder pressen, hier. Ich muss meine Taktik nur wieder entstanden, so. Vielleicht klappt es ja jetzt dann mit der neuen Taktik. Suarez, das war große Kunst. So, Dante, Balleroberung. Bäh! Ja, jetzt passt auf den anderen vorbeigespielt. So, Robben fängt den Ball ab. Passt auf Thiago. Ja, auf Suarez. Suarez, naja. Thiago steht in der Mitte drin. Thiago mit Kopfball kommt nicht an, ne? So, wie ich, ne? Der hat gelb gesehen vorher, was in der Mauer stand. Stünde auf rechts. Spannsteigerabend. So, Aufbauchspiel, wo er denkt Thiago. Ah, Götze, Stücke, Schiedsrichter, leichte Weg. Rieberie, sehr schöner Trick. Rieberie. Ich wollte jetzt einfach mal versuchen, aus der Distanz ein bisschen drauf zu haben. Rieber, na ach Gott. Drückt den noch nicht. Dante gretzcht vorbei. Jajajajaj. Schweinsteiger. Und Robben. So, jetzt kommt irgendwer doch mal. Drückt doch die ganze Schöne 1. Da muss ich dann wieder noch mal anbieten. Robben, jetzt auf Thiago. Thiago, jetzt mit einer Flanke. Suarez, wie kann er den denn nicht machen? Wie, 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 wie kommen, wie kommen wir an den, der bitte nicht ran? Götze. Schweinsteiger hat geblockt. Hm, oben kommt dann auch nicht dran, aber dann. So, Götze wieder. Götze auf Suarez, Suarez. Ich spiele wieder Götze in den Lauf, Götze, hier, 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 da ist Zierer. Und es gibt Ecke. Okay. Entschuldigung. Ecke gedritten von Ribéry. Auf dem Kopf von Suarez. Den habe ich schon drin gesehen. Den habe ich schon drin gesehen. Alter Vater, ne? Gut, die war knapp. Ja, Thiago. Aber wir kommen. Wir sind jetzt überlegen. Ja, Ribéry. Jetzt mal mit einem Schuss. Wird wieder geblockt. Wenn der nicht immer geblockt werden würde. Na ja, wir haben halbzeit. Ach, man sieht's, dass wir leicht überlegen sind. Teammanagement passt alles noch soweit. So, Götze. Auf Ribéry nach draußen. Jetzt muss man noch was nach vorne gehen. Ich stelle mir da sehr offensiv. Sehr offensiv. So, Suarez. Suarez auf Ribéry. Ribéry, da steht in der Mitte Thiago. Mein Gott, es will die Pech. Kann man denn haben? Und dann ist er drin. Und dann ist er drin. Was ist das zum Beispiel? Okay, das ist der Trüge wieder. Und es gibt's eine viel Zahl. Davon kann man sich nicht alle merken. Durch das nicht kommen wir zu. Was ist aber das Ding war? Erst viel Pech. Und dann ist er drin. Da steht 1-1. Und Hannover hat den Ball aber Suarez. Passt auf. Ribéry über links. Das ist mein Recht. Äh, zieh die Mitte oder so. Ja, sonst geht's immer schon noch gut, oder? Geld für etwa. Wir haben alle in der Riesse. Allerwann, Freistoß. Den Ring der Aller. Na ja, ich wollte nicht nicht aufs Tor bringen. Ich wollte nämlich so da einbringen. Aber jetzt irgendwie nicht so das Gelbe vermeiden. Na ja, aber herab haben wir den Ball. Wir sind überlegen. Schweinsteiger auf Götze. Götze auf Thiago. Der verliert den Ball. Aber Boateng ist da und passt auch nicht genau auf, wo er hinspielt. So wie ich. Gegen Allerwann. Er spürt den Ball nach vorne, aber ein Ablocken. Ja, super. Super. Und es wird gewechselt. Yuf kommt gegen Suwiech. nung. Du will sein und dein Gott im Jah камsu. Ichlers geld. Ich lerne Especially. Ichher bin mal.